So und jetzt willkommen ja zum neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir spielen den Laptop Tycoon Simulator. Ich hatte eigentlich schon mal angefangen, nur das Ding ist, ich habe zwei Sachen falsch gemacht, deswegen gründe ich jetzt meine Firma nochmal neu und zwar Benz Sim Welt EMBH. Eine Firma erstellen. Ja, das kenne ich alles schon, das Tutorial. Ich werde wahrscheinlich für die nächsten, dritte, vierte Folge oder so mein eigenes Logo hochladen. Aber jetzt müssen wir jetzt erstmal unsere neu gegründete Firma über was halten. So, ich würde sagen, erstmal einstellen. Ich muss die jetzt erstmal einstellen, weil das Geld, das brauche ich. Die erste Folge kommt heute um 14 Uhr direkt, also da dann nicht wundern. Wir haben 100 Skill Points. Ich würde direkt auch sagen, wir skillen in Laptop Farbe. Dann Logo, Logo, Beleuchtung, Fingerdruck, bis, exklusives Design, Touchscreen, SSD, Anzahl der Kerne. Oh, okay, Anzahl der Kerne muss, ah, dann muss das erstmal wegbleiben. So, ich würde sagen, jetzt können wir unseren ersten Laptop Benz 1.0 erstellen. So, das sollte passen. Das mache ich mal auf 2 alles. Das passt, das passt, das passt. Wunderbar. Nehmen wir auch mal hier alles auf 2. Nehmen wir auch mal alles auf 2. Das können wir auch so lassen. Farbe würde ich erstmal so... Ah, wir können zwei Farben auswählen. Ja. Ah, okay, ich würde das erstmal so lassen. Logo. Nehmen wir auf jeden Fall das. Touchscreen, das, das. Nehmen wir ruhig mal das. Sozialdesign, ruhig full. Hier kann ich noch nichts machen. So, dann nehmen wir ITS. Natürlich werden wir dann auch in den nächsten Folgen unser eigenes Betriebssystem natürlich erstellen. Leistung gehen wir direkt auf. Auf das. Haben wir ja, haben 2 machen, 128, SSD direkt rein. Können wir ja auch so lassen. Erstmal Anzahl der Kerne ein. Ähm, ich würde sagen Windows. Kann ich nicht. USB 2, Typ C und 3,5. Bei Sound ist halt immer schwierig. Ich würde sagen, erstmal das lassen. Weil ich hier halt noch nicht so wirklich viel einstellen kann. Verpackung würde ich auch lassen. Ich würde den machen. So. Dann Skill mal. Ja, 1000. Na, ich würde mal sagen 1200 mal glatt. Na, wohl 1149. Und dann gucken, wie unser erster Laptop ankommt. Ob gut, ob schlecht. Es kann nur gut werden, es kann aber auch schlecht laufen so, ne. Wir können jetzt bankrott gehen. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, wir haben Glück und wir gewinnen das ordentlich. So, wenn 1.0 wird erstellt. Gut, die Bugs sind halt, ne. Klar. Kann ich denn noch Mitarbeiter einstellen? Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Aber ich kann wieder was forschen. Case ID. Nein, ich will mein Betriebssystem. Also ich brauche 40 Skill Points, damit wir unser eigenes Betriebssystem erstellen können. Und das müssten wir entweder jetzt halt in der Folge skillen oder in der nächsten Folge. Vielleicht spare ich da noch jetzt halt erstmal, dass wir dann wenigstens hier ein bisschen was hinkriegen. Dass unser erster Laptop vielleicht gut ankommt. Gut, Bugs ist jetzt halt so eine Sache. Ähm. Ja. Marketing. Wierig. Obwohl, wir können ja einfach sagen, hier Fernsehen für 10 Tage und dann passt das. Dann kommt unser Laptop vielleicht noch besser an unser erster. Lass mich alles mitnehmen. Hier die Skill Punkte können wir auch mitnehmen. Datum. Glückliche Fans, aber wir haben noch keine Fans. Gut, ne, wir sind auch jetzt gerade erstmal beim ersten Laptop. Ist klar, dass wir noch keine Fans haben. Neuer Rekord. Easy. Hast wieder 100 Skill Points. Präsentation. Und ich mach mal... 35%. BenSymbel GmbH präsentiert. Der Ben 1.0. Ich hoffe, ich hab jetzt auch Ton, weil ich jetzt nicht geguckt hab, ob der hier unten ausschlägt oder nicht. Deswegen... Ähm... Ja. Kann ich gleich schauen, wenn ich mir die Folge angucke. Bin mal gespannt, wie die zufrieden sind, die Leute. Ob gut, ob nicht. Aber Sound muss ich auf jeden Fall skillen. Also das führt keinen Weg dran vorbei. 1.1194 Führer. Ich muss ja auch von ihm was reden. Er lauft auch eine Menge Nachteile. Er macht alles 100% sehr schlechte. Das Gehäuse... Ja gut. Ist klar, es gibt immer was zu meckern. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir hier skillen. Auf jeden Fall... Triebssystem. Verpackung... Weiß ich nicht. Anzahl der Lautsprecher. Anzahl der Kerne. Weißer der Grafikkarte. Somit haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was geskillt. Gut, aber ich würde sagen, in der Zeit, wo der hier verkauft wird, machen wir direkt den zweiten. Alphanobeno. Der heißt Alphanobeno. Da nehmen wir jetzt mal einen etwas kleineren. Da will ich drei. Da können wir zwei lassen. Passt. Ah, okay. So. Aber... Weiß ich nicht. Hier so ein Grau. Diesmal ohne... Ja, ne, ohne Logo. Jetzt diesmal komplett schlicht. Ah. Einfach komplett schlicht lassen. Lass man... Ja, so. Kann ich nicht. Okay. Hallo, da habe ich. Perfekt. Wir nehmen mal das IFT-Dingsbums. Mal schauen, wie das ankommt. Mit einer Intel i5. Können wir ja so lassen. Anzahl der Kerne 2. Wir nehmen mal... Mecco. Kann ich nicht. Ja, das können wir so lassen. Darf ich? Hallo? Darf ich? Danke. Hm. Da probieren wir mal das Ding. Gut, ich würde sagen... Den zweiten haben wir auch fertig. Der geht auch bei 1191. 1292 passt. Also... Gut, vielleicht ist es ein bisschen hoch angesetzt, aber... Ich habe Mitarbeiter, die mir ein bisschen versorgt werden. Deswegen... Gucken wir einfach mal. Wie es läuft. Wie es ankommt. Ja. Ich hoffe, bis 14 Uhr passt alles. Dürfte aber eigentlich theoretisch passen. So. Der verkauft sich... So lala. Also ganz okay auf jeden Fall. Okay. 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 Es wird immer weniger, aber Geld ist dafür umso mehr. Wie sieht es aus mit meinem Mitarbeiter? Die ist gut. Ja, okay. Eine Person konnte ich noch einstellen. Ich muss jetzt auch mittlerweile auf Dings achten. Auf Design und alles. Ich muss aber auch hier drauf achten. Ich darf nicht nur auf Design achten. Design nur. Wird immer weniger der Verkauf, aber es belebt noch. Ob ich jetzt Ben 1 oder 1.0 oder Ben 1 nehme oder Ben 1, weiß ich halt nicht, ne? Ich habe Fans, ein paar. Und ich habe 8% glückliche Fans. Also es ist okay. Könnte besser sein. Genauso wie mit den Bugs. Und Sparfehler kickt wieder rein. Und, ähm. Ja, aber ich hoffe, euch gefällt das Video und Spiel genauso wie mir. Also ich finde das ja richtig cool. Ähm. Ja. Und ich würde sagen, lasst uns eine große Firma sein auf jeden Fall. Also ich denke mal, ich werde auf jeden Fall bald nochmal umziehen. Da mache ich 40%. Ach komm, ruhig nochmal eine Präsentation. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wenn SimWelt GmbH präsentiert. Und den Benno. Ich bin mal gespannt, wie dieses Betriebssystem ankommt. Ich habe jetzt mal ein anderes genommen als sonst, aber... ...wollte ja eigentlich doch gut sein. So, denke ich mal, gehe ich einfach mal von aus. Deswegen... ...gucken wir einfach mal. Mac OS. Und natürlich werden wir in der nächsten Folge unser eigenes Betriebssystem herstellen. ...und das dann auch natürlich einbauen. Ist ja ganz klar. Denkt man, mit dem Geld werden sie... Ja. Der Bildschirm ist gut, aber nicht hell. Okay. Wir waren mit dem Kauf sehr zufrieden. Nichts Besonderes. Ein preisgünstiger Laptop ohne Mängel. Preisgünstig weiß ich nicht. Also, ne. Ob der so preisgünstig ist, weiß ich nicht. Aber wir können ja noch mal was forschen. Betriebssystem. Seitliche Ecken. Dann Tastaturlänge. Logo. Logo Beleuchtung. Kann ich den wegnehmen? Perfekt. Kann ich... Okay, den kann ich nicht. Kann ich den dafür nehmen? Nein. Nein. Okay, gut. Aber wir können ja noch mal was skillen. Deswegen... Passt das. Gut. Ich würde sagen... Ich gucke noch mal nach Mitarbeitern. Technologie haben wir noch nicht. Technologie... Ist... Die einzige gute Person war die... Aus Korea. So, ich würde sagen... In der Zeit, wo hier verkauft wird, soll es das aber für euch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Abo und einen Daumen da. Schaltet gerne zur nächsten Folge wieder ein. Habt einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss und ciao.